Ich mag keinen Fake. Also ich mag Sachen, die dann echt sind und die Substanz haben. Das ist auch der Vorteil bei einer Luxusmarke. Das sind keine Sachen, die du heute toll findest und morgen nicht mehr. Ich mag Langlebigkeit und auch ein bisschen Zeitlosigkeit. Und das ist gerade in unserer Welt, die halt so total schnelllebig ist, ist das für mich was, was schon faszinierend ist. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du so Future-Icons machen kannst, die man auch noch in 10, 20 Jahren anschauen kann, wo man sagt, boah, das ist cool. Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Design-Disziplinen. Von Mobility, über Industrie und Produktdesign bis hin zu Architektur. Unsere Gäste erzählen von Design-Philosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Design-Director bei Chapter und unser heutiger Gast ist Tobias Sühlmann, Chief Design Officer bei McLaren Automotive. Der deutsche Automobildesigner studierte Transportation Design an der Hochschule Pforzheim und war anschließend in leitender Funktion im Design-Team von Aston Martin, McLaren und schließlich Bentley tätig. Seit September 2023 verantwortete er erneut die Design-Sprache des renommierten britischen Sportwagenherstellers und ist mit dem ambitionierten Ziel angetreten, einen neuen visuellen Ausdruck der charakteristischen Design-DNA von McLaren zu etablieren, der die Marke in eine neue Ära überführt. Lieber Tobias, wir sprechen uns heute schon fast zu deinem Firmenjubiläum. Seit fast genau einem Jahr bist du jetzt bei McLaren und ja, ich bin gespannt heute zu hören, was in dem Jahr schon alles passiert ist. Herzlich willkommen. Danke, danke. Freue mich auch drauf, ja. Ja, es ist eine ganze Menge passiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich kann jetzt mal direkt loslegen, was so alles passiert ist. Und ja, ich habe angefangen im September letztes Jahr. Ja, und das war ja auch eine Rückkehr. Ich war ja damals nach meiner Zeit bei Aston Martin schon einmal bei der Marke und habe eine eigene Design-Firma gehabt und McLaren war ein Kunde. Und da habe ich den McLaren Solus GT hatte ich da als Auftrag. Ja, das war das Game Car umzusetzen in die Realität. Und da hatte ich sechs Monate Zeit. Das war zu der Zeit in der Pandemie. Und hatte echt die beste Zeit, ja, mit Engineers und mit einem Aerodynamik-Team, mit einem Ergonomie-Team. Ja, und das war toll. Wir haben das innerhalb kürzester Zeit, also sechs Monate, haben wir das umgesetzt mit einem ganz neuen Package. Und ja, das hat so gut funktioniert, dass ich jetzt auch wieder happy bin, hier zu sein. Aber das kann ich euch später noch alles genau erklären. Aber in dem einen Jahr, jetzt ist schon eine ganze Menge passiert, dass das Erste, was ich gemacht habe, war eigentlich, ja, in die DNA reinzugucken und zu sehen, wo kommt die Marke McLaren her. Ja, wo haben die angefangen? Das Spannende ist, wenn du da mal weiter reinschaust, ist, dass die Marke kam aus dem Rennsport. Und das ist jetzt keine Automarke, die auch ein Rennteam hat, sondern das Ganze hat ja angefangen durch Bruce McLaren im Rennsport. Und dann erst später hat man sich überlegt, wir können auch ein Straßenauto machen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass du eine Historie hast von circa jetzt 61 Jahren. Aber die Automotive-Sparte ist eigentlich sehr jung. Die ist also eigentlich fast wie ein Startup. Wir sind ja in dem Sinne eigentlich jünger als Tesla. Und das ist halt schon krass, wenn man das jetzt sieht, die Kombination aus Startup, aber trotzdem mit Historie und einem sehr guten Brandname. Das ist für mich sehr spannend. Du hast dir ja wahnsinnig viel vorgenommen. Ich glaube, da haben viele Augen sehr gespannt drauf geschaut, was jetzt bei McLaren so passiert. Wo steht ihr denn gerade jetzt nach einem Jahr? Ja, nach einem Jahr sind wir jetzt gerade dabei, die DNA und die Design-Signature komplett auf die neuen Modelle zu übertragen. Also das heißt, wir haben jetzt eine Formensprache, die anders ist, die neuartig ist, die trotzdem sehr, sehr McLaren ist. Das haben wir jetzt schon umgesetzt und da sind wir jetzt dabei, das auf die einzelnen Modelle zu übertragen. Und ich habe das ganze Team komplett umgebaut. Also das war eine Transformation, sagen wir mal so. Es ist manchmal auch gut, das ganze Team so ein bisschen so umzubauen, dass es einfach passt. Du musst ja halt quasi die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt in die Firma bringen. Ich habe jetzt einige Leute aus früheren Teams mit rüberholen können und bin super happy, dass wir jetzt hier ein sehr starkes und sehr diverses Team bilden. Also ein Team von aller Herren Länder mit unterschiedlichen Herkünften und auch unterschiedlichen Sichtweisen. Das ist für mich erstmal die Basis von allem. Halt ein starkes Team zu bilden, wo jeder auch mitreden darf und mitreden soll. Und das andere war wirklich in die Signature reinzuschauen, in die Hauptmerkmale der Marke McLaren. Ja, das heißt einmal die DNA zu verstehen und das andere dann eben darauf ableitend dann eben die Design Signature aufzubauen. Ja, das heißt Product, Brand, Design. Das sind drei Elemente und die gehören für mich zusammen. Ja, du musst die Marke verstehen, du musst das Produkt kennen und darauf ableitend dann kannst du dann das neue Design ausrichten, ohne jetzt die Marke zu verlieren. Ja, also du musst halt was Neues machen, ohne, ich sag mal, die DNA zu verlieren oder die Kunden zu verschrecken. Ja, das ist halt so die Kunst des Ganzen und das haben wir jetzt innerhalb dieses einen Jahres getan. Ja, das war halt spannend. Wir sind jetzt dabei auch ein neues Studio aufzubauen. Das heißt, wir werden uns innerhalb hier dieses MTCs, unseres Headquarters, ein bisschen vergrößern und das ist auch gut so. Das ist wichtig, gerade wenn man daran denkt, dass die Modellpalette vielleicht auch in Zukunft wachsen wird, ist das auch hilfreich. Also das ist alles in diesem Jahr geschehen und da ist eine Menge passiert und natürlich auch, ich sag mal, teamübergreifend halt auch das Marketing-Team kennenzulernen, das Engineering-Team kennenzulernen, die auch alle jetzt hinter dieser neuen Formensprache stehen, im Exterieur und auch im Interieur. Und das war halt sehr wichtig, das habe ich ja auch im März diesen Jahres den Journalisten vorgestellt und da sind wir jetzt dran, das Ganze umzusetzen. Ja, klingt auf jeden Fall, als ob viel in Bewegung ist und klingt auch so, als ob ihr euch da wirklich genau Gedanken macht über die jeweils einzelnen Schritte, um wirklich von Grund auf alles solide aufzubauen. Als du dich so auseinandergesetzt hast mit der DNA, was hat sich denn da für dich besonders rauskristallisiert, wo du gesagt hast, wir können hier loslegen, aber da gibt es so einen Kern, der ist einfach unantastbar. Oder würdest du sagen, sowas gibt es? Also der Kern ist Performance, ganz klar und der Kern ist Focus on Driving, das ist schon sehr wichtig und das soll auch in Zukunft genauso sein. Das ist wirklich dieser Kern der Marke und das muss man nachvollziehen und das kommt eben, dieses Thema Leichtbau, das Thema Performance, das Thema immer wieder besser zu werden, sich immer weiter zu entwickeln, das kommt eben aus dem Rennsport. Das siehst du auch in der Formel 1, dass man von Rennen zu Rennen eigentlich immer besser werden will und das ist das Grundthema dieser Marke und das Hauptthema ist Performance. Und das ist dann eben dieses Thema, was auch im Automotive mitschwingt, das ist ganz klar. Also das ist so unser Hauptthema und dementsprechend gehen wir da voll drauf ein. Das ist ja auch auf eine Art und Weise ein sehr spezielles Feld Rennsport und gerade auch dieser Transfer sozusagen aus dem Rennsport auf die Straße, da gibt es wahrscheinlich auch Kundinnen und Kunden, die sehr spezielle Bedürfnisse haben. Ist es dir da leicht gefallen, diese Bedürfnisse zu verstehen und dann auch konkret in die Designs mit einfließen zu lassen? Ja, definitiv. Ich komme jetzt gerade aus Purple Beach, bin gestern Abend zurückgekommen und da ist es halt so, du hast halt sehr viel Kundenkontakt und das ist halt ganz wichtig auch, den Kunden zuzuhören, die zu verstehen, was sie wollen oder was sie vielleicht auch nicht wollen. Das ist ganz wichtig, dass das nächste Thema ist, dass wir die Autos auch selber fahren, dass du verstehst wirklich, was ist das für ein Fahrzeug, was ist das für ein Gefühl, damit jetzt rumzufahren, was macht das, wenn ich auf dem Track bin oder wenn ich in London mit dem Auto fahre, wie kann ich das Auto nutzen? Also das sind alles solche Dinge, die da mit rein spielen und auf Kundenwünsche gehen wir immer ein. Also wir hören zu, das Thema One-Off, Few-Offs, also Kleinserien werden auch in Zukunft immer, immer wichtiger und das ist ein Thema, das wir hier perfekt umsetzen können. Also darum, das ist eine unserer Stärken, wir haben das Thema MSO, das ist halt unsere Special Operations und mit dem Team gehen wir auf diese Kundenwünsche ein. Das geht von anderen Lackierungen bis mehr Performance bis hin zu einem One-Off, wo auch Bodypanels eben eigentlich genau auf Kundenwunsch umgesetzt werden. Also da haben wir viele Freiheiten und viele Möglichkeiten und ich denke, so nach oben gibt es da keine Grenzen. Du bist ja auch schon ein bisschen unterwegs im Bereich der Luxusautomobile, warst ja auch bei Bentley tätig. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt. Gibt es da trotzdem irgendwas, wo du sagst, was du bei Bentley so für dich erfahren hast, konntest du da auch mitnehmen oder das ist was, was universal anwendbar ist? Ja, jede Automarke ist anders und jede Automarke hat auch unterschiedliche Kunden, hat eine unterschiedliche DNA, eine unterschiedliche Herkunft und auch eine andere Vision. Für mich ist immer ganz wichtig, ich muss kommen mit einer Vision. Ich muss wissen, wo ich die Marke hinlenken will und das ist für mich wichtig, auch für mein Team, dass ich meinem Team genau diese Vision auch mitgebe. Und für mich, was ich aus allen Marken mitnehmen kann, ist einfach, dass du, je nachdem, welche Marke das ist, ein Bentley muss immer aussehen wie ein Bentley und natürlich musst du dann auch diese Marke in die Zukunft bringen. Und ein McLaren muss aussehen und sich anfühlen wie ein McLaren und das ist die Kunst, sage ich mal, darauf einzugehen. Also es ist ja jetzt nicht eine One-Man-Show, sondern am Ende des Tages ist es eine Marke, die in Zukunft sehr erfolgreich sein muss. Und dementsprechend ist mein Job, ich sage mal, auf die Marke einzugehen und darauf zu achten, die Marke in ihrer Substanz zu erkennen und das dann in die Zukunft zu transferieren. Das ist halt das, was ich aus allen Marken mitnehme. Also ich war ja lange auch bei Volkswagen, das ist ja ein Massenprodukt, aber auch super spannend, ganz wichtige Fahrzeuge, ist ein ganz anderer Kundenkreis mit ganz anderen Ansprüchen. Aber es ist halt auch wichtig und Volkswagen muss eben genauso aussehen, wie er aussehen muss. Und das eben in die Zukunft zu transferieren, das ist halt das Spannende. Und eine Marke wie Aston Martin, Bentley, ist was ganz anderes, ist aber auch sehr spannend. Aber es ist eben eine andere Sache. Das eine ist Masse und das andere ist Luxus. Also ich habe ja mittlerweile alles durchgemacht von Mess bis hin zu Premium bis hin zu Luxury. Und ja gut, jetzt über Bugatti, Aston Martin, Bentley, McLaren jetzt, bin ich halt jetzt ganz gut erfahren in dieser Welt. Aber auch in einem Luxussegment ist jede Marke unterschiedlich und das ist auch gut so. Also sonst machst du ja das Gleiche und das bringt mich auch zu einer anderen Frage, glaube ich, die du noch stellen wolltest, ist eben, dass jede Marke unterschiedlich ist und jede Marke muss sich auch unterschiedlich ableiten dürfen. Und das ist für mich das Wichtigste eigentlich. Wenn es jetzt hier bei McLaren um Performance geht, Leichtigkeit geht, um die besten Materialien, das beste Material ist natürlich auch das gleiche Thema bei Bentley. Da hast du halt wieder die Überschneidung, dass man da sagen kann, ja, das Wichtigste ist True to the Brand und dann eben auch True to the Materials. Ja, und das haben wir eben hier auch. Nur, dass unsere Sachen hier super leicht sind, ja. Und das Thema ist hier Performance, während das Thema Leichtbau beim Bentley jetzt nicht so die Rolle spielt. Also das sind dann wiederum so die Unterschiede. Aber für mich, was mich fasziniert, ist eben, ich mag kein Fake. Also ich mag Sachen, die dann echt sind und die Substanz haben. Das ist auch der Vorteil bei einer Luxusmarke. Das sind keine Sachen, die du heute toll findest und morgen nicht mehr. Ich mag Langlebigkeit und auch ein bisschen Zeitlosigkeit. Und das ist gerade in unserer Welt, die halt so total schnelllebig ist, ist das für mich was, was schon faszinierend ist. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du so Future Icons machen kannst, ja. Die man auch noch in 10, 20 Jahren anschauen kann, wo man sagt, boah, das ist cool. Ja, und das ist für mich wichtig. Und wenn man dann sagt, so, das ist absolut auf den Punkt. Und wenn man das in 20 Jahren auch noch sagt, dann hat man das Ziel eigentlich erreicht. Aber nochmal zu dem Thema. Für mich das, also ich mag kein Fake. Das ist halt wirklich für mich eins der Credos. Ich mag, wenn du Sachen anfasst und die sind echt. Und das ist auch bei uns in der Marke hier sehr wichtig. Wenn du einen Lufteinlass brauchst, dann ist da ein Reason für das. Und das ist für mich was, was ganz wichtig ist, dass wir keinen Fake haben. Also wo du Luft rein saugen musst, da muss dann halt auch eine Öffnung sein. Wenn du da keine Öffnung brauchst, dann lass sie weg. Das ist also Teil auch der Philosophie und das ist auch Teil von dem, was ich mag. Und ich würde das gerne noch cleaner machen, auch in Zukunft, ja. Dass du halt wirklich dich fokussierst auf die Essenz, ja. Und das ist halt das, ja. Es gibt ja auch noch bei McLaren den wichtigen Faktor Fahrer, also das fahrerzentrierte Design ist ja auch festgeschrieben in eurer Philosophie. Ja, genau. Das fand ich in dem Zusammenhang nämlich auch ganz interessant. Auch du hast selber schon gesagt, du magst keine Fakes. Also ich fand es ganz spannend zu erfahren, dass tatsächlich auch im Cockpit ja wirklich auch noch sehr, ich sag mal, analoge Bedienelemente eingesetzt werden. Und dann eben, weil es Sinn macht, also wirklich Kippschalter teilweise noch, oder? Ja, also es ist für mich oder für uns, es ist wirklich ein Thema. Es gibt nichts Blöderes als jetzt tausend Monitore mit fünf Untermenüs im Auto zu haben, wo du halt wischen musst, wo du halt gucken musst, wie mache ich jetzt die Aircondition an? Sondern du solltest dich ja aufs Fahren konzentrieren, das heißt, Hands on the wheel, Eyes on the road. Also das ist für uns so das Credo. Darum haben wir jetzt bei unseren Lenkrädern, wird man auch in Zukunft wenig Knöpfe finden. Ja, also da ist wenig dran, sondern das heißt, du kannst dich wirklich aufs Fahren konzentrieren. Der Vorteil bei unseren Autos ist wirklich, du setzt dich rein, du weißt direkt, wo alles ist. Dazu gehören eben auch Schalter, die man drücken kann, aber die sind dann nicht am Lenkrad, sondern da gehören sie eigentlich nicht hin, sondern die gehören an die Seite. Und das sind ein paar wenige, dass du dich wirklich auf Fahren konzentrieren kannst und dass du wirklich, ja, dass du dieses Fahrerlebnis halt haben kannst. Und das ist halt das, was wir auch in Zukunft machen werden und machen wollen. Also das Thema analog, digital, das ist halt für uns eins der Hauptthemen, weil man natürlich jetzt auch in Zukunft denken muss, wie setze ich das Auto ein? Und was brauche ich im Auto und was kann ich auch weglassen? Und wenn man das reduzieren kann, eben auch wirklich das Fahrerlebnis, dann ist das genau das, was wir wollen. Wir haben natürlich auch das andere Thema, da können wir jetzt auch in die Zukunft ein bisschen, das Thema Shared Performance. Shared Performance ist jetzt auch nichts, was jetzt noch nicht bekannt ist. Das ist halt das Thema, wenn man darüber nachdenkt, mehr als zwei Sitze und vielleicht auch mehr als zwei Türen zu haben. Dann ist das Thema analog und digital natürlich auch wieder ein anderes, weil du dann mehr Leute im Auto hast und da wird vielleicht die User Experience dann in dem Fall anders genutzt. Das heißt, da wird man vielleicht das Digitale ein bisschen anders einsetzen können. Aber wenn du jetzt ein wirkliches Auto hast, was jetzt mehr gemacht ist für die Rennstrecke, dann braucht man, ich sag mal, nicht zu viele Screens. Ja, da kann man sich dann reduzieren auf das Wesentliche und das ist eben wirklich das Fahren, weil du dann auch keine Mitfahrer hast in dem Sinne, die jetzt da was anderes machen wollen. Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf deinen Werdegang. So rückblickend klingt das ja immer alles so ganz logisch, aufeinander aufbauend, aber hat es sich denn immer so angefühlt? Also du hast ja, wie du schon gesagt hast, einen Weg gemacht von Mass Market, sag ich mal, hin zu Luxus, hin zu Custom, Kleinserien. Hattest du dir das so schon ausgemalt oder kam da eins zum anderen? Ja, also ich bin halt extremer Autofan und da ist es halt eigentlich egal, ob das ein großes Auto ist, kleines Auto ist, Sportwagen, SUV, Limousine. Also jede Marke hat so ihr eigenes Ding und jedes Auto hat auch so seinen eigenen Zweck. Von daher ist das für mich eigentlich alles spannend. Ich habe ja damals studiert in Pforzheim, in der Nähe von Stuttgart und das ist eine der besten Automobilschulen der Welt für Automobildesign. Und ich war damals fünf Jahre alt, da habe ich das erste Mal ein Auto in der Perspektive gemalt und die Räder so eingelenkt, dass es aussieht, als wenn das Auto gerade halt um die Ecke fährt. Und das haben irgendwie meine Eltern auch damals schon relativ früh mitbekommen, dass da so ein Talent irgendwo da ist, ja. Und ich hatte halt immer viel gezeichnet und viel entworfen, also nicht nur Autos, sondern ich mag halt alles, was das Thema Kunst, Architektur, Design, das war von klein auf für mich was, was halt mega spannend war. Und Autos fand ich halt auch toll. Und dann habe ich irgendwann in der Automotor und Sport, habe ich einen Artikel gelesen zur Fachhausschule Pforzheim, Thema Transportation, Design. Und das war halt für mich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann sehr früh gemerkt habe, okay, ich mag das zeichnen, ich mag das entwerfen. Und Autos mag ich auch und die Kombination ist Autodesigner. Und das war für mich halt die Basis. Und das habe ich halt in der Schule, war das halt echt immer krass, weil ich halt meine ganzen Hefte voll gemalt habe. Und ich habe halt ständig einen Stift in der Hand gehabt und halt ständig gezeichnet. Und das war halt was, was ich halt, das hat sich so durchgezogen. Und irgendwann hatte ich dann die Möglichkeit, nach dem Abitur, mich da zu bewerben an der Hochschule und bin sogar das erste Mal abgelehnt worden, weil die Sachen zu künstlerisch waren und da gab es halt so ein paar Sachen. Habe aber da nicht aufgegeben, sondern das war ja mein Traum. Autodesigner, von daher habe ich mich dann nochmal hingesetzt und eine neue Mappe mit neuen Zeichnungen abgegeben danach. Und dann bin ich aufgenommen worden und es ist ja ein sehr langer Test. Also, ja, das heißt, du bist den ganzen Tag halt da und musst halt Dinge zeichnen. Und am Ende des Tages gibt es dann die Verkundung, dass du dann da aufgenommen wirst oder eben nicht. Ja, und ich bin dann aufgenommen worden und habe dann während der Zeit Praktika gemacht, gemacht unter anderem bei PSA, Peugeot, Citroën in Paris, aber auch bei Mercedes in Stuttgart und habe dann auch bei Mercedes mein Diplom gemacht 2005 und bin dann, hatte einige Angebote und bin dann, aber habe mich dann für Volkswagen entschieden. Und das war eine gute Entscheidung. Damals war ich in einem Studio in Potsdam. Das war ein ganz neues Studio, was aufgemacht wurde. Und da konnte man Dinge entwerfen für den kompletten Konzern. Und da habe ich relativ früh schon unterschiedliche Marken kennengelernt. Das heißt, von Volkswagen über Audi über Bentley, Lamborghini, da habe ich eigentlich relativ viel machen können. Und das war vielleicht auch so ein ausschlaggebender Grund, dass ich gesagt habe, da ist so eine Vielfalt und so viele Möglichkeiten. Das ist einfach toll und bin aber dann nach Wolfsburg ins Headquarter, weil ich da einen Entwurf gewonnen hatte in Potsdam, der mich dann nach Wolfsburg ins Headquarter gebracht hat. Und das habe ich dann umgesetzt. Mein erstes Auto war ein Passat Facelift. Ja, das war der Passat B7. Und das war mein erstes Auto. Und das war halt für mich so der erste große Schritt. Und das war sehr emotional. Und das, ja, ich sage mal, das Auto von der Skizze in die Serie dann umzusetzen, was dann draußen rumfährt und wo du dann halt auch Leute oder Families siehst, die halt mit deinem Auto fahren. Das ist dann schon ein tolles Gefühl. Und wenn ich das Auto heute noch sehe, das dann jetzt ja alt ist und was mittlerweile dann mit Bollen irgendwo am Straßenrand steht, dann ist das aber auch ein tolles Gefühl. Und das ist halt was, ja, was immer wieder schön ist. Dann habe ich ja viele Autos bei Volkswagen machen können, wie den Ateon, den Touareg, einige Showcars damals. Und habe dann die Leitung von einem Team in Wolfsburg übernommen. Und danach habe ich halt die Möglichkeit bekommen, zu Bugatti zu gehen und da Head of Exterior zu werden. Und das habe ich gemacht. Und das war so der erste Sprung in die Luxuswelt dann von Volkswagen in die Luxuswelt. Also das heißt Premium durch Mercedes, dann Volkswagen Group, eben wo du halt eben wirklich alles hast. Dann Volkswagen, einige Autos umgesetzt in die Serie und dann das Luxussegment richtig kennenzulernen wie Bugatti. Ja, und das war halt super. Und da habe ich einige Kunden damals auch treffen können. War damals auch schon in Peppel Beach und das war halt faszinierend. Und da die Autobranche sehr klein ist, kennt man sich. Und ich hatte dann ein Angebot von Aston Martin zu wechseln Richtung England nach Gelden zu Aston Martin als Head of Exterior Design. Bei Aston Martin hatte ich da die Möglichkeit, viele Autos zu machen. Das war damals der Valhalla zum Beispiel oder V12 Speedster. Da gab es einige Autos und das war eine spannende Zeit. Und danach habe ich das gemacht. Dann hatte ich überlegt, meine eigene Firma zu starten und unterschiedliche Firmen zu beliefern mit meinen Ideen. Und wie gesagt, das war halt dann der Start mit McLaren. Und das war halt dann die Zeit des Solos im GT. Das hatte ich ja eben schon erklärt. Und als das quasi im Werdegang war, rief der Konzern mich an, ob ich Lust habe auf Bentley. Und so bin ich dann zu Bentley Motors. Und das war auch eine spannende Zeit. Da habe ich ein Auto zum Beispiel gemacht wie den Bentley Batur. Das ist ein Kleinserienauto, 25 Stück. Der basiert auf dem Bentley Continental GT. Ja, und das war eine spannende Zeit. Und habe dann eben da auch das Portfolio umgeändert. Hatte dann die Möglichkeit, da auch sehr viel zu machen. Und das war auch toll. Und bin ja dann der Chefdesigner da geworden. Und das war in der Zeit, rief halt McLaren Automotive an. Und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit dem CEO, mit dem Michael Leiters. Und wir haben während des Gesprächs eigentlich festgestellt, dass wir ja so die beide die gleiche Vision teilen. Und auch beide überlegt, was man mit der tollen Marke hier alles machen kann. Und das hat mich eigentlich dazu bewegt, wieder zurückzukommen. Und wenn ich daran denke, an die Zeit mit dem Solus GT, dann das Meeting mit Michael, was man alles machen kann in Zukunft mit der Marke. Das hat mich dazu dann bewegt, zu sagen, Bentley, sorry, ich muss doch nochmal weiterziehen. Das war genau der richtige Weg. Und wie gesagt, ich mag alle Marken. Ich habe auch einen guten Draht zur Group noch. Ist alles überhaupt kein Thema. Aber das war jetzt so eine Herzensangelegenheit hier. Da bin ich happy, jetzt wieder bei McLaren zu sein. Das ist so grob der Werdegang. Und das ist einfach die Liebe zum Auto. Die Liebe, immer wieder was Neues zu entwickeln. Nie zu stoppen, immer wieder weiter zu denken. Und ich habe im Laufe der Zeit viele Weggefährten gefunden. Die auch den Weg mit mir gehen. Und die habe ich jetzt ja auch in meinem Team. Das ist toll. Das ist spannend jetzt gerade. Und ich gucke jetzt ja gerade, ich bin jetzt gestern Abend wiedergekommen. Wenn ich jetzt rausgucke, da sitzt mein Team. Und ich werde jetzt gleich so mit jedem reden und auch gucken, wo wir jetzt gerade wieder sind. Und wo dann halt so die nächsten Fahrzeuge hingehen. Und das ist spannend. Du hast ja schon ein bisschen angeteasert, die Zukunft bei McLaren. Du hältst dich ja immer sehr professionell zurück, wenn es um Informationen geht. Aber vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch einen klitzekleinen Hinweis geben. Wo geht die Reise hin? Ja, ich meine, also erstmal tolle Marke. Die Marke wird immer besser. Die Marke ist gut. Ich meine, jetzt muss man eben sehen, dass die Welt sich ändert. Das heißt, das Rulebook der einzelnen Länder ändert sich. Und wie wir alle wissen, ist auch das Thema EV auch für uns irgendwann mal ein Thema. Nicht direkt morgen, aber ich sage mal, in den nächsten Jahren kann das durchaus ein Thema werden. Nicht, dass wir jetzt komplett das Ganze umbauen. Aber wir denken, in der Zukunft ist es durchaus möglich, alle Powertrains anzubieten. Das heißt, von EV über Hybrid, über den Full Combustion Charge Engine. Also hast du eigentlich alle Möglichkeiten als Kunde. Und wir wollen das auch so, dass der Kunde wirklich alle Möglichkeiten hat. Und darum ist es für uns auch wichtig, in die Zukunft zu denken und mit unterschiedlichen Powertrains zu arbeiten. Die Formensprache, die ich entwickelt habe und ich sage mal, die Signature, die ich entwickelt habe, die ist eben so entwickelt, dass du eben drauf reagieren kannst, auf unterschiedliche Powertrains. Das könnte ich jetzt auch nochmal erklären. Es gibt also grundsätzlich das Thema Performance by Design. Da haben wir five Keywords. Da haben wir das Thema Focus. Das ist das Thema Intelligence. Wir haben das Thema Athletic. Das Thema Functional. Und das Thema Epic. Wenn man da jetzt mal so drauf eingeht, finde ich, dass unsere Autos haben schon was Episches. Wenn du auf die Autos zuläufst und du machst die Tür auf und du hast so leicht schwitzige Finger. Das ist was, was ich halt unheimlich spannend finde, was auch unsere Autos ausmacht. Und das Epische ist einfach, wenn ich an eine Concorde denke. Die Concorde ist ja ein altes Flugzeug, aber ist immer noch so zeitlos und so wunderschön, weil sie einfach genau das widerspiegelt, das Ästhetische. Also dieses Cleane, das ist gemacht durch die Aerodynamik, aber dann im Kontrast dazu diese funktionalen Details, diese zwei Airboxen, die quasi unter den Flügeln sitzen. Das ist halt was, was ästhetisch unheimlich powerful ist. Und das ist einfach das, was uns sehr inspiriert. Das andere Thema Athletic ist einfach was, wenn du dir gerade bei Olympia, wenn du jetzt, ich sag mal, da die Körper anschaust und die sind ja sehr durchtrainiert, aber die sind nicht fett. Also das heißt, wir haben keine extra Mess. Also das heißt, wir sind sehr reduziert. Wir haben sehr kompakte Dimensionen und das wollen wir auch in Zukunft so weitermachen. Das heißt, das ganze Thema Vacuuming. Das heißt, als wenn du die Außenhaut halt ganz eng um die technischen Gegebenheiten ziehst, die eben unten drunter sitzen. Das heißt, da ist kein bisschen Fett an dem Auto, an der Masse oder an dem Volumen. Und das ist was, was uns eben auszeichnet und das ist auch das, was wir in Zukunft so weitermachen wollen. Ja, und die Funktionalität sichtbar machen, das ist halt auch ein Thema für uns, was halt super schön ist, auch bei einem Formel-1-Auto, dass du in das Auto reinguckst, dass du um das Auto rumläufst und du siehst die technischen Details. Ja, du siehst die Radaufhängung, du siehst die Federbeine. Wenn du um das Heck rumläufst, also die heiße Luft muss so schnell wie möglich aus dem Motorraum raus. Und das heißt, diese Offenheit des Hecks ist auch was, was wir bei vielen anderen Autos hier bei McLaren sehen. Und das ist auch das, was wir weiter behalten wollen, auch in Zukunft. Und das ist auch unabhängig von jedem Powertrain. Und das Thema Intelligenz ist einfach 3D-Printed Parts. Also das heißt, ich war ja gerade bei einer Firma in den USA, wenn man das Thema sieht, Aerospace und so weiter, das ist für uns was, was unheimlich inspirierend ist und was wir halt dann auch in unseren Autos sehen wollen und sichtbar machen wollen. Und da gibt es halt mehrere Merkmale im Exterior und im Interieur, die wir formal also weitermachen wollen. Und das ist auch das, das hast du wahrscheinlich in einigen Interviews schon gelesen. Da gibt es halt diese beiden Airboxen vorne, wo die Luft eben in das Auto reingesogen wird. Und das kommt aus dem Rennsport, das kommt aus der Formel 1 und das sieht man eben auch bei jedem Formel 1-Fahrzeug. Das kann ich jetzt mal eben ganz kurz zeigen. Ja, ich sehe hinter dir die Modelle stehen. Das heißt, du hast diese, warte mal ganz kurz. Wir müssen es jetzt gut beschreiben für unsere Zuhörerinnen, die uns jetzt nicht sehen. Aber Tobias, zeig mir einen, was ist das 1 zu? Das ist 1 zu 18 und das ist jetzt der 1 zu 18 Modell. Genau, und das ist der MP4 vom Alan Prost. Also das ist nur mal ein Beispiel, wenn man jetzt, wenn man vor dem Auto steht, dann sieht man diese beiden Radiatoren, die Radiators, die Kühler, die eben die Luft in das Auto einsaugen. Ja, und das hast du links und rechts vom Cockpit. Und das ist typisch bei jedem Formel 1 Auto. Und das ist auch das, was wir ganz gerne in Zukunft auch optisch in unsere Fahrzeuge umsetzen wollen. Ja, dass man eben wirklich optisch auch sieht, da wird die Luft reingesogen und im Heck, dann haben wir ein sehr offenes Heck, wo man halt wirklich genau sieht, wo die Luft aus dem Auto wieder rauskommt und die muss halt so schnell wie möglich raus aus dem Auto. und die Offenheit dieses Hecks. Das sind so formale Details, die wir dann in Zukunft halt weitermachen wollen. Das andere Thema ist, wir nennen es immer Sunken in Cabin. Ja, das heißt, du hast die Schultern sehr hochgezogen und die Kabine sitzt sehr tief. Das ist auch was, dass du halt eine sehr gute Sichtbarheit, Rundumsicht hast in dem Fahrzeug. Und vorne musst du die Reifen sehen. Das heißt, wie in einem Formel 1 Auto auch, du musst deine Reifen sehen. Und das heißt, das gibt dir die Sicherheit und du kannst das Auto wirklich sehr gut steuern und weißt genau, wo du das Auto hinsteuerst, weil du die Fender siehst, weil du die Radläufe siehst. Ja, das ist halt was, darum diese Kabine, die in das Auto quasi einsinkt und dadurch kommen die Räder weit raus. Und das ist halt unheimlich schön. Ästhetisch hat aber auch eine Funktion. Ja, also da ist wieder genau das Thema, was wir am Anfang hatten, dass die Ästhetik und die Funktion, das ist eine Einheit hier bei uns und darum dieses Thema Performance by Design. Ja, und das andere Thema ist in der Bodyside die, wir nennen das Performance Line. Das ist eine Linie, die sich halt vom Heck des Autos in die Front reinzieht. Die läuft nach vorne runter und da, wo der Punkt am niedrigsten ist, vorne, da ist das, wo du dann am meisten siehst und da willst du auch am meisten von der Fahrbahn sehen. Da ist der Punkt sehr niedrig. Und die Linie läuft nach hinten ansteigend an. Das heißt, wo die Schulter sitzt, da ist der Punkt dann am höchsten. Und das ist auch da, wo du dann die Sicherheit haben willst, wo du dich dann wirklich sicher fühlst, weil die Schulterlinie sehr hoch ist. Ja, aber trotzdem brauchst du die Sichtbarkeit und die Sicherheit des Sehens, aber auch die Sicherheit der Kabine. Und so haben wir halt eine Kombination wiederum aus Ästhetik und Funktion. Und ich glaube, das ist das für uns das spannende Thema, dass man immer diese Kombination hat. Also das eine geht mit dem anderen einher. Das ist so das Thema. Und das andere Thema im Innenraum, was wir haben, ist einmal die Sicht. Und das andere Thema ist halt diese Größe der Kabine und auch visuell eine Größe. Wir haben immer so ein umlaufendes Konzept im Interieur, was eben aus dem Dashboard, also das heißt vom Armaturenbrett, in die Türen reinläuft. Und wir haben also sehr konkare Türschalen. Das heißt, die geben dir für die Arme sehr viel Freiheit. Das heißt, die sind ausgehöhlt und dadurch habe ich als Fahrer natürlich auch sehr viel Luft und kann mich sehr gut da bewegen. Das ist für uns dann das andere Thema, was halt auch sehr wichtig ist. Also Exterior, Interieur, das geht alles Hand in Hand. Und die technischen Details, die Funktionalität, das ist alles eins. Und das ist für mich das Spannende hier an der Marke, dass das alles miteinander kombinierbar ist. Und auch eins geht ins andere wie ein Zahnrad bei einer Uhr. Da kommen wir wieder auf das Analoge, also auf das Haptische. Das ist für mich noch ein Thema. Das ist das Visuelle, das ist aber auch das Haptische. Das sind die Materialien. Das sind Dinge, die du anfasst. Und das geht hin bis zu einer Uhr, wo du auch das analoge Feeling haben willst von einer Uhr. Du kannst natürlich auch eine Apple-Uhr haben. Das ist auch okay. Aber die analoge Welt mit einem Uhrwerk, was du siehst, wo du auch die Technik sichtbar machst, ist schon sehr spannend. Und wir haben eine Kombination aus beidem hier. Und das ist für mich sehr spannend. Ja, man merkt auf jeden Fall, du brennst für die Marke und für deinen Beruf sowieso. Ich kriege direkt Lust, mich zu euch an den Tisch zu setzen, einfach nur zuzuhören. Ich danke dir vielmals für diesen Einblick. Ich fand es ganz, ganz spannend. Und ja, umso spannender, weiter zu beobachten, was aus eurer Schmiede kommt. Ja, das wird sehr spannend. Ich meine, wir können jetzt noch, jetzt bin ich gerade warm, wir können jetzt noch lange reden. Ich habe Zeit. Aber nein, das ganze Thema Kreativität ist wichtig, ganz wichtig für uns ist eben, es wird immer wichtiger, ist jetzt halt auch das Racing-Team dahin zu gehen, von denen zu lernen, mit denen in den Windtunnel zu schauen. Vielleicht auch das Thema Leichtigkeit nochmal anders zu lernen, auch von den Jungs und Mädels. Und das geht eben bis hin zu Kontakt zu den Fahrern und da mal zuzuhören. Ja, das eine Thema ist die Kunden, aber das andere Thema ist auch intern, hier mit dem Racing-Team sich auszutauschen. Und die Inspiration, das will ich nämlich auch noch sagen, ist ja nicht nur Auto, sondern die Inspiration liegt in vielen Dingen. Also die gibt es in der Mode. Ich meine, ich wohne in London und da ist halt so das Thema Mode, Architektur, Kunst, ja, da gibt es ja keine Grenzen. Und das ist für uns halt auch was, wo wir die Inspiration herholen. Andere Inspiration ist hier, ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns im Headquarter warst, aber das ist absolut faszinierend. Also einmal die Architektur von Sir Norman Foster, das ist auch wiederum was und das gibt auch wieder den Link zur Concorde. Da ist dieses Zeitlose auch mit drin. Und das Gebäude hier ist über 20 Jahre alt, aber du fühlst es nicht, weil es halt immer noch so klar ist formal, dass man das auch in 20 Jahren noch anschauen kann, wo du sagst, okay, das ist einfach gut, das ist einfach perfekt. Und das ist auch gemacht, zum Teil hier gibt es so eine Brücke, die schwebt, quasi ist an ganz dünnen Seilen aufgehängt und die ist gemacht worden mit den uns eigenen Ingenieuren. Das heißt, die Architekten haben dann mit den Ingenieuren zusammen das entwickelt und das ist halt auch sehr spannend, wenn du das siehst. Und wenn du jetzt dann noch mal siehst, du läufst hier durch und siehst die Historie von dem McLaren F1, von dem ersten Straßenauto, was ja quasi auch Kleinserie war, aber von dem Fahrzeug bis hin zum heutigen, bis hin zum P1, bis hin zum 750er, da steht eben alles. Und du siehst halt die ganze Renngeschichte von Alan Prost bis hin über Senna und Niki Lauda, also die ganzen Autos stehen alle hier und du kriegst halt ständig neue Inspirationen. Das ist halt total cool. Also das ist halt, das ist halt das, wo wir uns halt ständig wieder neu entwickeln und wo wir halt ständig wieder neu nachdenken. Und wenn man mal keine Kreativität mehr hat, diese Tage gibt es auch. Das habe ich dann auch schon mal getan, dass wir quasi so ein Workshop Day hatten, wo ich einmal mal das Team mitnehme nach London und wir uns da Dinge anschauen und vollgetankt wieder zurückkommen. Ja, also das ist halt, ja, gibt es tausend Sachen. Und das letzte Thema noch, was ich auch noch sagen will, ist halt, Family ist auch wichtig. Ihr habt zwei Kids und das ist für mich, die Familie ist dann nochmal obendrein nochmal eine neue Inspiration. Und meine zwei Jungs, die sind halt noch sehr klein, die sind jetzt sechs und vier, aber auch von denen lernst du noch eine ganze Menge. Ja, und das ist halt auch spannend, sich da auch immer frisch zu halten. Also, ja, gut. Sind die auch schon infiziert? Die sind total infiziert, ja. Die sind Autofans. Die laufen rum und die kennen also wirklich schon die einzelnen Marken auch. Die kennen sich aus. Ja, das ist halt krass. Das haben die natürlich vom Papa so ein bisschen mitbekommen, automatisch. Aber die sind Autofans. Es ist auch gut zu sehen, dass da auch in Zukunft viele Autofans sind. Und ich glaube auch in Zukunft, das Thema Auto wird immer da sein, in welcher Form auch immer. Ich war jetzt in San Francisco und Los Angeles und da ist das Thema eben auch schon sichtbar. Das Thema nicht self-drivable, autonomes Fahren ist auch ein Thema. Aber unsere Fahrzeuge sind halt wie ein Racehorse. ja, also das heißt, das ist, da willst du noch selber fahren und das ist auch gut so. Ja. So. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich auch genug erzählt. Ja. Danke. Nee, alles wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich intensiven Einblick in deine Arbeit und deinen Werdegang. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich bedanke mich nochmal für deine Zeit. Danke dir, danke euch. Ja, und wenn ihr Fragen habt, immer gerne, ja, also fragt mich einfach. Ja, wir kommen gerne zu Besuch auch. Ach gut. Klingt alles auf jeden Fall, als ob man mich nochmal vor Ort gerne angucken möchte. sehr gut. Gerne, gerne. Ihr seid willkommen. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.